Hallo zusammen! So, das wird wieder ein Auspackvideo. Ja, ich packe heute eine Wrestling Action Figur aus. Und zwar handelt es sich hierbei um Baron Corbin von der WWE. So sieht er hier aus. Also so kann man hier noch ein bisschen was lesen. Gewichtgröße, wo er herkommt. Da ist noch für ein Beispiel, was es noch für Figuren gibt. Ja, den habe ich zum Geburtstag bekommen und den möchte ich gerne auspacken. Ja, da müssen wir an den Seiten ein bisschen aufschneiden. Ja, solche Art von Videos wird es auch mal ab und zu auf meinem Kanal geben. Weil ich ja auch, ja, bin ja halt Sammler, ne? Und das gehört halt auch mit zu mir. Ach Gott, das ist so ein... Ja, wenn man diese ganzen Figuren sich kauft, was ich natürlich nicht machen würde, da kriegt man hier so einen Hintergrund, ne? Und hier so ein... Das hier finde ich ganz cool. Das ist ein Figurenstand. Das finde ich richtig cool. Aber, ja, damit kann ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen. Ich hätte auch gar keinen Platz mehr für bei mir, ne? Hier ist so ein Stück von dem Hintergrund. Das ist ja auch gelb gekennzeichnet, welches Stück man da hat. Aber wie gesagt, damit kann ich jetzt nichts anfangen. So, Verpackung. Das ist dann halt dabei. So. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute von euch, also von euch Bastelfrauen Whistling schauen. Keine Ahnung. Ui, 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 ui. Ich glaube, das macht jetzt zu viel Krach. Ich glaube, ich werde den mal kurz ohne euch aus der Verpackung befreien. Ich glaube, das macht doch ein bisschen zu viel Lärm. So, ich habe den Herrn jetzt aus der Verpackung befreit. Hier ist noch ein bisschen Gummizeugs. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer von euch, ne? Von dem Basteldamen, wer von euch Whistling schaut. Ich habe keine Ahnung. Obwohl, vielleicht findet das Video auch der ein oder andere, andere Whistling-Fan. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich mache einfach mal dieses Video. Ja, das ist die Figur. Ich schaue mir die mal erstmal an. Ja, der Herr ist ziemlich groß. Also vor allem auch in echt. Also wenn das stimmt, was hier steht. Zwei Meter drei. Hm. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Manchmal stimmen die Angaben nicht so ganz. Ja. Das ist jetzt hier die Figur. Also die Leute, die diesen Herrn hier kennen, die werden sehen, dass der eigentlich ziemlich gut getroffen ist. Also man erkennt ihn auf jeden Fall wieder. Boah, die ganzen Tattoos hier. Hier hat er echt ziemlich viele. Sieht echt richtig cool aus. Da und nicht. Da hat er auf der Brust noch. Die Weste ist auch ziemlich cool. Wenn man das hier so vergleicht. Ist schon nicht schlecht. Vor allem diese Dinger hier finde ich cool. Dieser Schädel hier. Oh, richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ich mag ja immer auch so gerne Details. Das ist echt cool. Hier die Hose. Diese, ich nenne sie jetzt mal Schnallen oder so. Ist auch richtig cool gemacht. So, hier hat er so Schnürstiefel. Ich weiß gar nicht, kann ich die Weste irgendwie. Ja klar kann man die ausziehen, aber ich glaube, das möchte ich jetzt lieber nicht riskieren. Aber man kann das ja hier sehr gut sehen. Ich meine, viel gibt es jetzt ja auch nicht zu sehen, außer dieses Tattoo hier. Dann kann man das hier so ganz leicht wieder zumachen. Dann haben wir hier die Haare. Da. Der Bart. Das ist schon echt richtig cool. Man erkennt den auf jeden Fall wieder. Ja, finde ich cool. Das habe ich schon hundertmal, glaube ich, cool gesagt. Und er steht sehr gut. Braucht man eigentlich gar nicht das Teil hier, aber kann man natürlich auch benutzen. Oh, da läuft. Ne, ich brauche das nicht. Für Kinder oder so ist das bestimmt cool, sich das dann so zusammenzubauen. Aber, ja, ich brauche das jetzt nicht. Ja, das ist die Actionfigur. Ja, und ich bin sehr zufrieden damit. Die ist echt cool. Es gibt viele Leute, die ihn nicht so mögen. Aber ich finde ihn cool. Also von der Erscheinung her. Gut, er ist jetzt nicht der größte Techniker im Ring, aber ich weiß nicht. Er hat irgendwie irgendwas, finde ich. Also ich finde ihn einfach cool, so vom Auftreten her. Ja, deswegen habe ich ihn mir zum Geburtstag gewünscht. Ja, meine Lieben. Das war es auch schon mit dem Auspackvideo. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.